Gleich geht's weiter mit magischen Momenten und Ihren Stars. Präsentiert von Radeberger. Er hat mitgemacht. Er auch. Und Sie. Sie haben alle mitgemacht bei den Actimel Testwochen. Trinken Sie 14 Tage lang Actimel. Damit aktivieren Sie Ihre Abwehrkräfte und Sie fühlen sich besser. Unglaublich? Wir sind uns so sicher, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen sollten, Sie nicht zufrieden sein. Garantiert. Die Actimel Testwochen mit Geld-Zurück-Garantie. Machen Sie mit. Ich glaub, die Kleine muss mal... Oh, jetzt ist sie wach. Ich fahr die nächste raus. Da muss man hin. Die neuen Big Shrimps. Jetzt bei McDonald's. Ich liebe es. Und jetzt die Actimel Testwochen mit Geld-Zurück-Garantie. Machen Sie mit. Wir alle sind unseres eigenen Schicksals Schmied. Am Anfang schuf der Mensch die Maschine und ahnte nicht, dass er damit sein Ende schuf. T-X gegen T-101. Kristana Loken gegen Arnold Schwarzenegger. Die Zukunft der Menschheit entscheiden Maschinen. In der Free-TV-Premiere. Terminator 3. Nächsten Sonntag. ProSieben. Der Blockbuster in HDTV. Schärfer als die Realität. In einer normalen Stadt geht man zu Fuß, verstehst du? Man berührt einander. Man rempelt sich an. In L.A. berührt dich nie jemand. Wir sind doch immer nur hinter Metall und Glas. Wie weit den Kugeln fliegen? Sprichst du etwa von der Kugel, die durchs Fenster geflogen ist? Ist alles in Ordnung? Ich bin den ganzen Tag ständig nur wütend und ich weiß nicht warum. Verschränken Sie bitte die Hände hinterm Kopf, Ma'am. Tu bitte was er sagt, Ma'am. Tragen Sie irgendwelche Waffen oder ähnliches bei sich. Damit die Akte verschwinden. Welcome back to Oscar Countdown 2006 with about 31 minutes left to go for the big show.